Was ist die Geber? Wir beobachten, dass die Geber verstärkt Mittel über NGOs vergeben. Es sind so 25 Prozent der Mittel ungefähr werden über NGOs vergeben. Und es war bisher nicht so richtig klar, warum die Geber das machen. Also es war intuitiv, wusste man es, aber wissenschaftlich hatte sich da noch niemand mit beschäftigt. Und in unserer Studie kommt jetzt raus, dass die Geber tatsächlich versuchen, durch die Vergabe über NGOs an Regierungen vorbeizuarbeiten, die sie als unwürdig empfinden. Also die korrupt sind, die Menschenrechte nicht befolgen. Und da kann man ja sagen, das ist ein sehr lobenswertes Verhalten der Geber. Und das sollte man auch unterstützen. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, das hat die Forschung der Vergangenheit eindeutig gezeigt, dass Governance, also Institutionen in den Ländern wie ein Rechtsstaat und so weiter eine unabdingbare Voraussetzung für Entwicklung sind, für nachhaltige Entwicklung über einen langen Zeitraum. Und von daher kann man argumentieren, dass diese eigentlich lobenswerte Vergabe über NGOs am Ende doch in die Sackgasse führt und nicht zu einem signifikanten Entwicklungsbeitrag führt. Und es gibt neuere Studien, zumindest deuten diese an, dass Donor in der Lage sind, wenn sie ihre Hilfe sehr sorgfältig geben, beispielsweise auch Hilfe im Governance-Bereich direkt geben, dass sie damit auch einen Effekt auf die Governance in den Nehmerländern erreichen können. Und das würde wiederum bedeuten, dass die richtige Strategie ist, bei den Regierungen zu bleiben, also mit den Regierungen zu arbeiten, weil nur so ein langfristiger Entwicklungseffekt zu erzielen ist. Man kann in den Rechtsstaat beispielsweise investieren als Donor. Man kann helfen, Budgetstrukturen zu verbessern, also die Aufstellung von Budgets, Steuersysteme verbessern. Man kann auch im Menschenrechtsdialog direkt mit den Ländern arbeiten. Das ist natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit und das wird ja auch häufig über NGOs gemacht. Aber mein Plädoyer am Ende wäre doch zu sagen, die Vergabe über NGOs sollte die Ausnahme bleiben. Also wenn ein Land ein Failed State ist, ein Land, das überhaupt nicht funktioniert, dann ist es wahrscheinlich schwierig, in den Rechtsstaatdialog zu treten mit dem Land. Aber im Regelfall sollten die Donors doch das Band zu den Regierungen nicht abreißen, um einen Einfluss auf die Entwicklung in diesen Ländern nehmen zu können. Ein Beispiel dafür, dass Entwicklungshilfe Prozesse unterstützt hat, die im Land schon angelegt waren, ist Südkorea. Nach dem Koreakrieg hat die USA sehr stark geholfen, Strukturen aufzubauen. Sie haben eine Landreform durchgeführt. Sie haben das Schulsystem unterstützt, die Grundbildung. Und schon nach etwa zehn Jahren konnte Korea ohne die Hilfe der USA den Entwicklungspfad weiterführen, weil die Strukturen so weit etabliert waren in dem Land. Und das zeigt, dass Entwicklungshilfe, wenn es auf günstige Strukturen trifft, durchaus einen signifikanten Beitrag leisten kann zur Entwicklung, den man allerdings in der Wissenschaft nicht beziffern kann. Es ist unerforschbar. Genau. Das ist ein Diabierkirac. Vielen Dank.